wer in ein preisgespräch geht einfach so und glaubt er könne in diesem preisgespräch einfach so geld herausholen heraus verhandeln der irrt und zwar gewaltig im preisgespräch wird nämlich so behaupte ich kein geld verdient das geld wird woanders verdient und zwar vorher mit der vorbereitung dieses preisgespräch ist und wie das geht und welche punkte du für die vorbereitung beachten muss habe ich in diesem beitag und auf einer checkliste für dich gesammelt und bereitgestellt mit ganzen 21 spannenden und sehr profitablen punkten zur vorbereitung für deine preisgespräche viel spaß und viel erfolg beim umsetzen